Verwendet Bleed Purple, dann packt Twitch nochmal 10% obendrauf auf Nacken. Das ist ganz nice. Da gibt's mehr Kohle für mich, Jungs! Ganz ehrlich, Jungs, soll ich unter der Brücke wohnen, oder was? Heilige Scheiße, verwendet Bleed Purple, ihr Wichser! Ich kann kotzen! Nur eine 100 Euro Top-Donation, wo sind wir hier? Gleich gehe ich offline! Ganz ehrlich, ich gebe mir immer ein bisschen Mühe! Oh shit, nicer dance! Oh shit, oh shit! Oh, oh! Den hab ich nicht drin, nein! Dab das Gentleman! Oh Gott! Oh shit! Oh Gott, 3! Achso, jetzt kamen die Ante nicht mehr durch, jetzt war's unangenehm. Oh, Bruder, einfach fucking lost, Jungs! Im Vollsuff eine Glatte rasiert und jetzt rate mal, wer morgen Passbilder für den Führerschein machen darf. Ach, Nexo, Bruder, lost einfach! Einfach lost, Buddy, kann man nicht anders sagen, Bruder. Alexa, bestell Riesen-Dildo. Das Top-Suchergebnis für Dildo ist der Bravo-Colorado-Drehender-Turbo. Oh, ho, 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 bravo, Colorado-Drehender-Turbo, Alter! Junge, der geht wahrscheinlich vollkommen hell! Junge, Junge! Ich habe auf privates Wimmer-Party 30 Tabulus-offen-Sex-Abenteuer gefunden. Der heißt... Ah, Alexa! Alexa, stopp, stopp! Du, also, vielleicht weißt du, was ich meine. Ja. Oh, Bruder! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! BTS! BTS! Alter, what the fuck! Aha! Basti! Ja, komm, komm, komm! Oh, mein Gott, lasst mich da einfach nie wieder drüber reden. Wie ihr macht jemand einen Clip davon? Alter, wie ihr jemand macht einen Clip davon, Jungs? Wirklich, also, ich banne euch persönlich alle aus dem Chat. Guck mal, Cindy hat mich letztens gemalt. Sie meinte, ich sehe gerade aus wie Kermit, der Frosch. Ich bin nackt rumgelaufen. Und sie hat das hier gemalt. Ja, der ist ein bisschen falsch von der Länge. Nee, das passt schon so. Nee, der ist falsch. Okay, vielleicht können wir... Der Bruder sieht ziemlich lost aus mit seiner Mistkabel hier. Ja! Und ich bin noch nicht so ganz drin, ne? Es ist so schwer! V für Kampffschrei. Boots! Hey, du süße Maus, wie geht's dir? Kannst du mir mal erzählen, warum Dummo so traurig aussieht? Er schaut dich die ganze Zeit so an und ist enttäuscht. Kannst du ihm nicht ein Küsschen geben? Ausnahmsweise, weil ihr es seid. Geil. Oh, der ist lachgefällig, du Bastard. Moin, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Let's play Rock'n'Ree! Moin! Moin, aktive Spritzer. Kein Punktestand. Ich hab's noch nie. Warum spielen die Kacke? Ja, das ist ein Meme. Das ist ein Meme? Okay, sie spielen Kacke anscheinend. Ist ja nicht so dieses typische Mädchen, was uns auf Fußballpro macht. Wow, wait, chill! Das Ding war offen! Ich hab's nicht gesehen. Jetzt sind die ganzen... Nein! Na ja, zum Glück saugst du hier in der Wohnung. Weil jetzt sind die ganzen Rainbow-Nerds in meiner ganzen Wohnung verschreut. In der Wohnungverein? Ja, WTF. Na ja, zum Glück saugst du hier in der Wohnung. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Eigentlich hab ich zwei... Ah, nee, ich hab einen Professor und eine Doktorin in meiner Familie, jung. 500 IQ-Familie. Achso, und ich hab 15 Punkte in Mathe, also ich bin da auch schlau. Well... Oh, nein! Oh, nein! What? 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 Oh, oh, oh! Perfekt! Oh, warum hat das denn gerade so krass gekribbelt, Alter? Hat die Feuerwehr schon hier und hat den Bram gelöscht? Letztes Mal ist... Bruder, er sagt Feuerwehr hier, düstene Feuerwehr vorbei. Holy shit. Hilf Basti. Ne, 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 Basti braucht keine Hilfe. Stell dich vor, Basti stirbt heute. Ich muss sagen, wer wissen es für ihn, to be honest. Da oben ist eine Kiste. Oh, wollen wir da hingehen? Ich meine, wer würde da oben eine Kiste mit wirklich sinnvollem Stuff hinmachen? Niemand, oder? Da oben würde niemand guten Stuff hin... Oh! No fucking way! No fucking... No fucking way, bro! This is legit der wackste fucking way, um zu sterben, Jungs. Dieser Clip beschreibt einfach meinen kompletten fucking Stream, Jungs. Im Rock-Genre nennt man diesen Part Breakdown. Unter Fans ist das meist der beste Part und da geht es in der Crowley erst richtig ab. Ach, Dolly, ich weiß nicht, man... Ich meine, so ein Gitarren-Solo geht fit, denke ich. So ein Gitarren-Solo kann ich noch verkraften. Aber so ein... Und unter dem Hintergrund kommt so ein... Bro, wisst ihr, was ich meine? God, ich hasse es, dog. Es fackt mich Todes ab. Du dummer Wichser, du dummer Bastard, du... Was heißt das, dass die Städtenamen gelb sind? Da gibt es jetzt so Drohnen, die dann rumfliegen. Die kannst du abschießen. Oh. Pssst. Pssst. Oh Gott, ist das ein Ben. Nein! Ben! 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 To�. Ach! Oh! Ah! Dieses andere Lost, Alter! Wenn die den reinmachen, Digga, dann esse ich ein Aal komplett, ohne zu kauen. Guten Appetit! Ja, das hat ja nicht so lange auf. Okay, dann machen wir den U-Turn. Oh, Kevin, you had one job. Wir sind literally im Kreis gefahren. Okay, seid ihr ready für den U-Turn? U-Turn? Oh, nee. Oh, das war so krass. Okay, chill. So krass war auch nicht. Moin moin, ich will für das Video einen fucking Pock im Chat sehen, Jungs. Papaplatte, wenn du dich mal gefragt hast, wen du eigentlich immer mit Chat ansprichst. Das sind wir, deine größten Fans. Und da dachte ich mir, ich mache ein Video. Lost? Bruder, hast du wie viele Bilder? Bro, what? Es gibt sogar was ganz cooles. Was kommt jetzt? Zeigst du jetzt deinen Dick oder so? Oh, shit. Oh, shit. Gott. Alter, wenn ich damit noch ins Tor komme. Bruder, bist du so ein Hardcore-Fußballfan, dass du gar nicht mehr anders denken kannst als... Fussball hier, Fussball dort, hast du nicht 100 mehr am Kopf. Kevin, du bist so ein krasser Golf. Oh, no fucking way. Oh, mein fucking God, no way. Das ist insane gewesen, Bro. Kevin, wir spielen golf with your friends. Bro, das war insane. Das hättet ihr sehen müssen, Jungs, ich schwöre es euch. Close, yellow. Magic, glaube ich. Ja, mit der Bombe noch knicken. Leg die Bombe. Z ist der letzte. Oh, das ist schon falsch.